Alle Zuschauer, heute beschäftigen wir uns mit Drehrichtung. Davon gibt es vier verschiedene, das kann man vorm Körper spielen und an der Seite vom Körper, einen links, einen rechts. Ich mache es erstmal an der Seite vom Körper vor, weil es vorm Körper noch ein paar mehr Möglichkeiten gibt. An der Seite vom Körper kann man spielen. Beide nach unten, beide nach oben, einen nach unten, einen nach oben und das Ganze auch anderswo. Das sind die vier verschiedene Drehrichtungen. Das Ganze geht auch vorm Körper, das heißt, beide nach rechts, beide nach links, linker nach links, rechter nach rechts und rechter nach links, linker nach rechts. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.